Der Kampf gegen das Feuer in Nordgriechenland dauert nun schon den sechsten Tag an. Die Lage normalisiert sich allmählich. Einige Bewohner kehren in die Ortschaften bei Alexandropolis zurück, um zu sehen, was von ihrem Hab und Gut überlebt hat. Die vergangenen Tage waren schwierig für die Behörden. Sie standen vor schweren Entscheidungen. Die Waldbrände in Nordgriechenland in der Region Alexandropolis sind die größten in der Geschichte der Europäischen Union. 73.000 Hektar Land haben sie vernichtet. Hunderte Freiwillige und Feuerwehrleute aus mehreren europäischen Ländern, darunter aus dem Nachbarland Bulgarien, kämpfen rund um die Uhr gegen die Flammen, zu Lande und aus der Luft. 3.000 Hektar Land